Hallo und herzlich willkommen bei Mapo Duel Pils und es geht endlich wieder weiter mit Let's Play DayZ Ich lieg hier grad so beschissen rum, weil ich nur auf den Niko wart, hä? Ja, ich habe dich schon gesehen. Glaub ich, das warst du? Wo bist du? Ja, ich bin hier irgendwo. Wo bist denn du? Ich hab aber weiß wie... Wo bist denn du? Bist du das mit der Axt? Nee Ähm, ich habe hier einen Gegner mit einer Axt Bist du das nicht? Verarscht mich jetzt Das willst du nicht auch killen Oh man Ich trau dich gar nicht, mich zu schlagen, ich habe eine Axt, ja Guck mal hinter dich Oh mein Gott, der hat ja auch nicht Ich habe sogar zwei von denen Ja Eine noch für Johnny, wenn der nichts findet Apropos Johnny, was mit dem? Keine Ahnung Tim, hab ich heute in Facebook geschrieben, da sollte er es kommen oder geschrieben Also, mir jetzt Kannst du, ähm, 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 ich habe hier ja noch einen Medizinkasten, ne? Wolltest du denn ein Gant? Brauch ich keine Wollt, wer bin ich jetzt? Ah hier, ein Kompass wollte ich den nicht Bö, ne, so nicht Nö, ne, ne Aha Ein, ein Kompassinho So Den stecken wir natürlich rein Strasse, der mein Kompass Schiebst du Stress oder was, hä? Hä, wieso kannst du die, wieso, warum, wenn du jetzt die Axt weg Oh Oh Oh, der Oh Er war doch mal, wenn du jetzt die wegpackst, ne? Ich pack dich jetzt auf drei weg, ne? Dann packt der weh bei mir in Ja Bei, bei dir ist er auf dem Rücke Ja Sieht viel geiler aus Wie machst du das? Äh, äh Geh mal auf dein Inventar Und dann holst du die Axt aus deinem Rucksack Und machst du ganz ne Owe hin, wo deine ganze Kleidungsstücke sind Ah, kompräinde, jetzt sieht's geiler aus Sieht viel geiler aus Ja, sieht viel geiler aus So So Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Westen Wo irgendwo der Charakter von Dominic sein müsste Den wir, äh, beziehungsweise ich Vorgestern außerhalb von der Aufnahme gefunden habe Und ähm, ja der ist eigentlich ganz in Ordnung, richtig cooler Typ, cool drauf Und ähm, ja Also Nies, das weißt du schon, alt gedrückt halten, dann musst du nicht ähm Ja, das weiß ich, da hinten ist ein Bahnhof, da können wir mal reingehen Das seh ich grade So was, Bahngleis, 9,75 Ja, klar, aber warte, das ist hier, das ist hier Wie witzig, Marc Joll Ähm Nur, cool, oder? Hier liegt was Ein, eine verrottete Kiwi Cool Alter, wieso hab ich hier andauernd englische Woche, man Weil duuuh Wo sind wir jetzt? Wir haben auch ein Bericino Naja, stimmt Ey, ich muss mir was trinken, warte mal kurz, Nies, relax, 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 relax Ja gut, dann kann ich auch grad was fressen Oh, wir müssten Ähm, wir müssen jetzt so langsam Ähm, mal einen Fluss oder irgendwo finden, weil meine Flasche ist jetzt leer Ähm, ich... Hab 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sodaflaschen Yeah Also, sobald du irgendwie Durst hast, oder so, bescheid sagen Und dann Gib ich dir mal eine Dose Irgendwie hängt dein Charakter, oder was? Ne, ne, der hängt nicht Ich muss grad mal die Karte bei mir aufrufen Ah Damit ich weiß, wo wir irgendwie hin müssen Pass mal auf, dass hier nicht irgendwo ein Zombie oder so kommt Ja, ich bin schon am Gucke So, Picture, Karte, Camping So, wir sind oben Okay Okay Wir müssen erst mal Dahinten lang Richtung Hochhäufer Alter Robin Hab ich schon gedacht Ich hab' ich schon gedacht, ja, das war Karte, also Ah, ja Also, Martin, das war Karte, also Ja Jetzt hat er grad im Spiel, wo ich simuliert hab' gegen Wolfsburg und das 87 stets 1 0 Schuss ist und sich ich habe nach 80 Stimmen man gar nicht gut gekriegt Scheiße ob diese Stadt auch zum Glück einigte Gegner der gut sticht abwurzieren Prozent 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 Schockseher glaube ich immer das so längst Prozent von B man muss halt Alter meine FpF die gehen immer weiter runter eben gerade obwohl die am Anfang schon so hoch waren wenn jemand schwarz wenn ich auf einer also hochhäuser lohnt sich nicht wir haben da oben noch mal ein größeres Tor noch mal jetzt einfach mal was fällt dort hoch, wer fällt da ein da flitzt er an dir vorbei nur weil ich die Axte aufgerissen habe ja wieso brauchst du das eigentlich das ist irgendwo denk ich mal weit und breite Gegner wenn einer auf uns schießt mir egal klingz ok Sicherheit geht vor wohin? da rüber erst? oder gehen wir direkt da hoch? nein direkt hoch alles seitdem ich die Grafikkarte ohne Scheiß zurückgestellt habe geht's richtig geil ab hier normalerweise hat sich alles auf normal stehen jetzt habe ich kann es wieder hoch machen außer bei der Karte bei dem Schalter habe ich bisher unergelassen Schalter ist eigentlich so wichtig finde ich jetzt mal hehehe Hallo Robin und das war das laute Geräusch Eeeh Lowei Have you heard what they said that is new today? Have you heard what they said that is new today? O.K. in der Karte das ist's weich ob es nicht mehr aufmachen Böhrbos Eheh Robert Kurt zum Schmerzlos mit Schiff die in die 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 im Leben rechts was ist denn bei der Häusern die du tun das so viel ist auch ein nach vorne das ist ja 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 ich habe mich nicht gar nicht eben doch gar nicht das ist auch aus, brauchen wir eine drinnen, da ist die Tür auf, was ist die Tür zu? das ist gut ja, was ist so aus? das ist jetzt ein Schicksal, oder Nils? ja, ich wollte es gerade schon sagen, das ist bis dahin der Dante spielt für Mangala, weil der rot gekriegt hat und der macht ne völlig nur das 1-0 vielleicht weil Dante einfach bebt ist ne, das ist alter nicht das ist nicht schlecht bei mir muss man erst 2-30 im Mods noch rum das sind nicht mehr oft Spiele drauf 5-1-Kunde gegen meins 05er, scheiß 05er also, da vorne, wo das direkt das Haus mit dem weißen Dach, da kriegt eh nichts ne, man muss mal anmerken, dass der Nils aus dem Salon kommt und so ein komischer Elbersberg fällt nicht der hatte eine Falle ey, was wäre das geil ja, ich will einfach nur ein bisschen Scheiße labern, da hab ich gerade Bock drauf so, ja wo man merkt, Robby Mirko, komm bitte beim Derby ins Stadion, ne wieso? geht's ab? ja wer ist der Derby? ne, jetzt, gehst du da das Haus gehst du da links Alter, mach ich bitte ich bin irgendwie so Saarbrügge-Fan hinter mir, hinter mir, hinter mir was bin ich? BAM! Saarbrügge-Fan oder was so? du Xoffer, Alter doch wo bin ich denn Saarbrügge-Fan? dann geh ich das doch in, ne wie mag ich Saarbrügge-Fan? ja, das mag ich mich gerade auch, was der lautet du hast doch irgendjemand, du kennst doch irgendjemand aus Saarbrügge, oder? ja du hast schon mal gesagt, ja ich bin das Haus darin, ne aber da bin ich da ja, du willst jetzt das wieder nur verneinen, dass du den Ärger mit dem Nils kriegst ja, klar ja mag ich glaub beim nächsten Mal musst du dir auf die Fresse hauen hallo, ich bin ganz ein Brügge-Fan, das soll der scheiß natürlich aber ja, was zu reden ist, meine Damen und Herren, wo er wird, dass ich verwendet bin, das ist nach dem da, wo er gut ist, wenn er zu sehen ist, auch um was ja, weil ich was immer ja, trocken es ist genau, was immer Männer erhört erhört als in dem Haus hier, wo ich bin, ist nur scheiße aber er noch zu bespielen, die nach acht Spieltagesschau die Befugung, die Vorsprung auf der Mund gell, Nils was im Sommer kommen wir mal zu euch ja, da fährt Robin mit dem Auto, ich nehme dran viel Spaß wir lasst euch aber nicht drin oder wir kommen alle draus, wir sind nicht Männer du kommst vielleicht nicht draus, weil du kein Hobbyversteller in die Fläche rein ich muss mit dem Mark und dem Robin so oder so nochmal auf dem Sportplatz auf dem vernünftigen Sportplatz Kunststraßen ja, der Hassel ist die beste ein Hassel ist die beste Kunststraße, auf dem ich je gespielt habe ja, das ist ohne Scheiß so das ist ohne Scheiß so das ist ohne Scheiß so Marc, ich habe schon Fußball gespielt und da gab es einige Kunststraße, wo man Hassel gespielt haben, der war einfach, keine Ahnung Beste, Digga, Beste das kann der Robin und ich Aschbeurteil, wenn wir dort sind ja ich kenne mich bei sowas nicht aus, aber egal also der Kunststraße, auf dem wir gespielt haben, als ich bei dir war, Marc, ne hallo, Thombi was ist mit dem? der war grauenhaft was lauscht du? das ist auch Thombi, oh, what the fuck Asch, Robin ach, 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 ach ach, ach, ach ach, ach alle merker, merker, merker das war an dem Schlecht 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 der war klämen, der Raffel war in oh das war wie soll ich sagen der war ja, der Platz ist auch kleiner wie will ich auch größer hinbau ja, eben mir eigentlich so hoch wie Präter aber das ist breit wie lange ich bin im Saarland heißt der so breit wie hoch nicht so hoch wie breit alle zwischen das Hausdorgen jetzt ja, ne, ich gehe nur drin, ich bin schon drin oh je, ihr Saarland, ey ihr blöde Kartoffelbohrer was ist mit dir, du Schwabe, ey aller ich bin Badmau, im Tiefstück Badmau, wo ich du bist Schwabe alter ich zentriere dich in deine Taksfratze Klappfratze Klappfratze Taksfratze, du Fischko Fischko ich will mehr gut mehr gut da ich guck noch ich guck noch ich guck noch nicht, der Akkupfschwert ich warte nicht so oft spielt ey, lass den Spieler, der wird voll gut ich würd mal sagen, dass jeder Spieler, der oft spielt, gut wird ne das ich will na, hallo, Zombie Stolzbiet Annihrausche und Dosen aus schweiß ich so gut ist von meinem Spieler komisch da das war ein er wird gewonnen ja hallo Probs oder da war ich mal der Hochgang wenn das gar nichts da wird sich viel zu kommen als abtrinken hier weil ich komme sofort an jetzt direkt ab so ich bin 0 kirk 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 ich gehe noch da an das große Haus rein ja ich trink mich auch schon mal voll ja mach das damit ich längere Zeit nicht bedränglich was ich bin schon und hier haben wir noch eine auffüllbare Wasserflasche die ich dann gleich wunderschön am Brunnen auffüllen wie füllt man die Flasche auf? ach so, man muss öffnen und dann ey, ich bin ein Zombie wo? keine Ahnung, ich habe gerade deinen gehört ah da Hallo Zombie Schiff Zombie Hallo, Robin muss doch die Flasche in die Hand holen? äh, das finde ich weiß, ja Robin wir haben ja dann gestern auch noch GGSG Lark spielt ist ja alles so, keine Ahnung, ja die habe alle ihre Namen auf den Trikots gehabt, aber bei einer habe ich mir so weggepisst, oder? was dann? da war einer der hieß, Ötztakak Ötztakak nein, Ötztakak Ötztakak weiß nicht wie die dann das mittlere Mausrad gedrückt hat, zum Brunnen hindrehen und dann hochgehen auf Phil Bottle und dann äh, einfach denken Moin Robin, ja äh, weiß die ähm die gegen die wir ja gespielt habe ja, was ist denn? was ist denn? oh, wer war's? ah, ich hab's kurz was Dingling, ne? doch, Dingling, glaub ich alles noch, Alter, perfekt als Seder, krieg als Konzer, Alter Alter, ich hab da richtig Bock ob ich jetzt, also wenns da eine Schlägerei gegeben hätte, wäre ich wohl draufgekommen wie macht man die ohne noch mal aus der Leiste? wie ohne aus der Leiste? so viel Schweiß ah, das ist scheiße, egal, verdammt man sich nicht so weit nachfressen hier du hast schon gefressen, aber ich war ja, aber der hat immer noch mehr was in der heutigen Zeit nennt man das ja noch nicht fressen, sondern essen, aber naja wenn so um dich geht, dann heißt fressen so war der jetzt müde bei euch geht's auch noch Kartoffeln, also von dem her bei du gibt's nur Spätzle, ey ja, ist doch gut ALA ROGGIN ich war befutter wie war's Spätzle, wir fahr Doofle in die Ohren geheiratet, der find ich saugeil ok, ähm nach Norden, also da lang also so rum, ungefähr oh ja, wenn wir geh ins dem Airfield, ne? alles da dann spieg die Mufe, los du 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 on the way ne PS Fakt, mang인� ag schuhe jetzt ist äh ja jetzt geht's ab thick so, das sind jetzt geschätzte drei Kilometer die haben wir schon hinter uns. Ja, easy going. Easy going. Easy going. Easy going. Easy going. Easy going. Man kann die Axt schmeißen. Apropos Goming, wo ist denn der in den Arschrammer? Ich glaube, der ist auf einem anderen Test. Dieser Lappen. Echt so. Lappen! Er hätte nicht eigentlich eine Anime-Kit-Kiste fallen lassen können, oder? Theoretisch gesehen, ja. Robin! Robin! Ich lass grad simulieren. Ich hab drei nötige Hertha gewonnen. Ein Hattrick vom Shakiri. Du, der ist on fire, der Typ. Der Schatter ist on fire! In FIFA 13 hat er bei mir einen Marktwert von 65 Millionen gehabt. Und 93 gehabt auf ZM. Die Lache vom Robben, ey. Hast du das schon gewusst? Ja, ich denk schon, dass du das gewusst hast. Die Hase macht so Zombie-Geräusche und so, ne? Ja, ja. Ich find das immer wieder geil. So, jetzt hab ich mein erstes Pokalspiel. Warum hört sich eigentlich jeder an dem Spiel Frau Char fast? Robin. Das ist individuell. Das ist individuell. Mirko. Individuell. Kräuterschuch. Das wird... Das wird selbst ausgewählt. Also, das wird selbst ausgewählt. Also, das wird selbst ausgewählt. Also, das wird selbst ausgewählt. Wir machen morgen. Also, Montag. Also, der... 13. Januar. Nee. Doch. 13. Ist erstens die... Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2013. Und, äh, ich will mal hoffen, dass alle Bundesliga-Fans und alle Fans des deutschen Fußballs absolut dafür sind, dass das Repairie wird. Weil der es meiner Meinung nach zum Beispiel am meisten verdient hat. Und außerdem kommt nach der Wahl des Weltfußballer des Jahres, ähm, noch... Team OVDE HEAR. Ehm, Dings, so in FIFA das Team of the Year raus. Und, äh, da gibt's von mir nochmal ein richtig fettes 50 Euro Pack Opening. An der Stadt dumm. Ja. Hoffen. Ihnen das seine. Kollege. Schwabe. Hhihi. Nein, nein, ich hab schon wieder so einen scheiß Bug in FIFA. Ohhhh. Giant Hands? Oder Giant Ball? Oder? Nee. Die Anzeige von dem Spiel steht gerade unten und geht nicht mehr weg. Jetzt steht das ganze Spiel lang FC Bayern gegen Kräuter Fürth. Naja. So mir Gott, jetzt aber die Axt draus holen, ne? Golazo! Nieso? Hä? Nieso? Weil wir jetzt hier sind, weil wir jetzt da sind am... Die Tiago! Die Tiago hat den Tor. Die Axt schicken! Jetzt lau ich aber langsamer, das wir hingen an, Alter. Die Axt. Rauch die Rauchti! Aber sagen wir mal so ne, das bringt uns wahrscheinlich nicht mit viel, wenn einer mehr der Werther hinwartet. Hauch die Opi 650. Außer du kannst so Hecht vor der da die Axt schmeiert. Und die Hügel behindert. Weil ich ja auch so ein unglaublich großer Hacker mit. Leia lost. die geht auf 2 diese aufzuhöchern Anselhofer Karo Anselhofer und und kreis nicht wer soll das nur sein Elfersberg Stürmer wie sie schon am er spielt und jetzt im ich nehme an ich nehme das ist mit der da fehlt es erst trip da bist du Gegner wo? da sind zwei Gegner da sind zwei Gegner da war er drauf auf dem Turm da waren zwei Gegners ALTER ECHT NIT du auch Nils? boah ohne Scheiß ne sofort wird geschossen das kotzt mich so an ja komm du schießt noch weiter drauf du was war das für ein Tor vom Thiago ALTER NEE MANN könnt kotzen ne Pssst dann kurz boah sollte dummen Huren söhne ne ohne Scheiß ohhh 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 oh Scheiße boah ich hab grad so ein krankes Tor mit Thiago hier dumm ohne Scheiß wenn ihr deutsch seid alter ihr seid solche kleinen Wichser ne solche kleinen Wichser seid ihr ein alter ohne Scheiß ihr seid die größten Wichser der Welt die ich meine dich du Schwabe he ne bin kein Schwabe ne du bist ein Schwabe ne bin ich ne gut ich bin Karl und ich wohne bissl weiter weg von Robin genau fünf Kilometer schwärzt du mit? ne luftlinie wäre frei warte warte boah ohne Scheiß wie ich solche Leute hasse die äh hasse die sofort schießen so jetzt die Frage wo bin ich wieder und ich bin schon wieder ein Vibe dann bin ich nicht so da hinten haben wir jetzt wenigstens schon mal ein Dorf und die das weiß ich schon mal wo ich bin solche Wichser alter ohne Scheiß dann bin ich ehtig klar in dem言 na ne wo bist du in welchem Ort? Ne ja chill dann gleich am Ort schluss Alter, auch ne Scheiße Alter, Marc Ja Hast du schon gelesen mit dem blauen Vulkan? Ein was? Blaue Vulkan Was ist das? Warte, schickt dir Ja Hauptsache man kann's essen Blauerkuchen Blauerkuchen Das ist nicht lecker Vulkan mit Schlimpfen gefüllt Das sieht brutal entlang aus, Mann Wieso schickst du mir Links immer an Facebook? Weiß ich's auch nicht Ich bin ziemlich in der Nähe von Solnitschni Das ist eine Geschlechtskrankheit, oder? Das ist eine Geschlechtskrankheit, oder? Also ungefähr einen Kilometer von Solnitschni entfernt Ja, dieses Solnitschni hat Ich habe eine Geschlechtskrankheit Ich bin in Kambi-Wo-Wo Was? Das heißt Kamisho-Wo Ja, komm lauf einfach Wenn du zum Meer guckst, ne? Ja, ich guck zum Meer So, dann Die Straße Also die Hauptstraße Einfach nach links Weiter Nach links Ich habe gerade einen tollen Schlag hier gemacht Thomas macht Abschlag Und ich höchste Fuß rein Und nehmte Ballen auf dem Hero machen ins leere Tor Da hab ich beim Abschlag abgeschossen Halla wie geil Kommt du zu mir gelaufen Dann gehen wir zusammen nach Solnitschni Ah, hier sind andere Spiele Gott, Alter, ich renne gerade mit dem Großlinie rum Der irgendwie vor sich hinlabert Und einfach läuft Der Typ kommt aber in deine Richtung Also wenn du auf einmal irgendwie eine Stimme hörst Dann lauf einfach weiter Und der Typ läuft einfach in dir vorbei Einfach laufen Ja, ja, schon klar Aber da sind die Türen und die Meiche Schon auch schon scheiße Da war schon wieder jemand Oh, das ist kack, hier ist alles leer Kack hier ist Hier ist immer Echt, hab ich denn jetzt den Grad verreckt Bin's ja schon gewohnt Dass es immer wieder solche Schaden gibt Entschuldige Feuer, dann bin ich fertig Entschuldige Feuer, dann bin ich fertig Bin's ja gewohnt Ich bin's ja gewohnt Es gibt immer wieder diese schlimmen, kleinen, kleinen Söhne Die einen einfach so abschießen Sobald man in ihre Nähe kommt Also known as your best friends Ohne Scheiß, wir haben nicht nur Waffe gehabt Und die Knalle direkt, die Vollidiot, Alter Wir hatten keine Axt Oh, 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 oh Oh, 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 oh Kann man ja auch schießen, ne? Ja, ja, klar Die Ware auf einem Tower, Alter, ey, die sollen wir jetzt mit der Sack in die Wiese Ja, ja Liverpool hat 5,3, oder? Ich weiß, Doppelpack Suarez, einmal Gerard Ja Und Einmal Sturridge, glaub ich, und ein Ei getroffen Vom Downing, oder wie die heißt Doming Oh Mirko schon noch auf dem Weg zu mir, oder? Äh, ich bin grad noch dort, dass einer Haus ist zwar war, war so interessant, aber da war ich nicht so aus der Schaufel, aber die näher mich jetzt mehr Interesting Interesting Also hast du, dass dich hier Eko mal gegen die Kranke schlur oder so, ja, nicht nur bis um 11 Uhr oder so, aber da gab gar keine Schule Ich hoffe einfach, dass der Blumen auch gegen den Tag ist Was du, Hopsch? Dass der Blumen krank ist Jo Ähm, wie kommt es hier nochmal raus? XD, roffel roffel Alle, ich glaube, bei Herrn Blumsch, irgendwas passiert, dass der zurzeit so gechillt drauf ist, man Warum? Klar, du, Alter Der steigst voll neben mir rum bei uns Oh, war das Haus, ist doch so zu sagen Was, mal? Nee Kuckuck Da müsste er bei euch ja schon gar nicht mit dem Unterricht kommen Ja, so Ich glaube, es ist auch nicht nötig Oh, es ist ein Anfall von Arroganz hier Ja Oh no, we don't learn Also ich komme, jetzt habe ich zu dir gelaufen Hä? Ich sporene direkt schon und bin schon direkt durch dich You suck You suck You suck Ich komme zu dir gelaufen, ne? Ja, komm, liegt das Da hab ich mir dann weg Ich hab mir dabei Ich hab mich nachgeguckt Welche sind mehr? Ich hab mir gerade mal die Axt Wir haben die Axt nur per um gewinations-gehalt, ne? Ich hab mir das nicht verwendet Ich hab mir schon gesagt, ich hab mir das nicht sagengest Ich hab mir das nicht verwendet Ich hab' den Zuckmangala. Wenn ich es schon merke, hast du links gesagt. Ja. 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 Ah tycker ich bin klarer... Aber eins muss man den Charakteren lassen. Es ist ne Zombie-Overcalbyse, aber die Fingernägel sind sauber wie Geleckt! er das war ein Beispiel ein paar jetzt als so ein süßes Paar ich geh ans Bauch als wenn die Schlimmer Schwaben ich weiß nicht mit einer Figur Prozent Rivalität der Bundesländer der vorliege weil ich ja auch gar kein Schwachbindobo das ist er er auch wird da noch was besseres wie die Spielerin kann ich glaube das würde ich noch mehr aufregt wenn du das jetzt sagst nicht dann gewisse Permabande das mehr die Harte der Kurschüter machen ich fühlte sie am Morgen in die Friseur das Tiefsort du sagst mir das jetzt mehr kommen definitiv nicht aber den Siegner ist Brutal steht in der Ruhe Prozent Prozent und ich bin ich weiß schon ganz genau was macht der Hälfte ist dass er wohl nicht mehr ich habe die Städte Prozent Prozent ein kein Buch auch oder nicht vor das war so viel nachschlacht Kaartoffel Baum Kaartoffel Baum Noch mehr Bäume Vogel 3-0 Ahja das war der Spieler Das war der Spieler Ich hab grad nen Spieler getraut wo die Gassette gelabert hat Ja Hat der wohl nen Hit Axt gehabt? Was? Hat der ne Axt gehabt? Ne Brecheisen Oh no Leute jetzt glaub ich ne Häuser hier grad ähm Axt gefallen Baum Hier? Ja Der Spieler war jetzt freundlich Ja er hatte sein Finger in den Po gesteckt und die war geleckt Noch Die ist wohl wahrscheinlich die nächste Knall in mir Robin oder Da 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 Die Da 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 daher sage ich jetzt Prozent ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lassen da oben da wenn man so weiter im Video für Verfolgten nicht verpassen wird dann auch ein Abo da wir freuen uns über jedes Donnte noch oben über jeden neuen Abonnenten mich um gesagt morgen noch das Team of the Year Petro und Ding heute wurde ich ziehe ich wo ich auf jeden Fall was ziehen und um ja dann sage ich einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen eure Jungs von Naputo L Pace Tschüss Tschüss